Einer der Schwerpunkte des medizinischen Angebots im Klinikum Leverkusen ist die Behandlung von Tumorerkrankungen. Im Rahmen eines ganzheitlichen Behandlungskonzepts spielt die Palliativmedizin eine wichtige Rolle. Auf unserer Palliativstation werden schwerkranke, unheilbare Patienten aufgenommen. Gerade diese Patienten brauchen eine besonders intensive und auch fürsorgliche Betreuung. Wir haben daher hier ein Ambiente geschaffen, in dem die Patienten in dieser sehr schwierigen Lebensphase in einem ruhigen Umfeld umfassend versorgt werden. Diese Betreuung wird von einem großen multiprofessionellen Team übernommen, welches ausdrücklich auch die Angehörigen in die Betreuung mit einschließt, weil diese oft sehr belastet sind. Zu unseren Aufgaben gehört es, eine bestmögliche Linderung der Krankheitssymptome durchzuführen und, wenn eben möglich, die Organisation der Weiterversorgung im häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Mit der Anfang 2012 eröffneten Palliativstation wurden in einem eigenen Gebäude im Gesundheitspark großzügige Räumlichkeiten geschaffen, die auf die besonderen Erfordernisse von schwerstkranken Patienten ausgerichtet sind. Eine Atmosphäre, in der diese Patienten und auch ihre Angehörigen die Ruhe finden, die für eine intensive Betreuung in diesem letzten Lebensabschnitt notwendig ist. Symptomkontrolle, Schmerzlinderung und psychologische, spirituelle Begleitung steht im Vordergrund der Behandlung. Ein interdisziplinäres Team aus Medizinern, Pflegekräften, Therapeuten und Gesprächspartnern arbeitet Hand in Hand mit ehrenamtlichen Helfern für den Patienten. Weiterhin wird die Patientin stark organisiert, was natürlich auch den guten Appetit macht, aber insgesamt können wir... Obwohl die Intensität der Betreuung von Patient zu Patient höchst unterschiedlich ist, geht es immer darum, die Mobilität so weit möglich zu erhalten oder wiederherzustellen. Die will überhaupt nicht aufstehen. Ich glaube, da müssen wir irgendwas überlegen. Ja, man könnte versuchen, sie zu motivieren, in den Garten zu gehen. Denn ein wesentliches Ziel ist die Weiterversorgung in der häuslichen Umgebung. Darum kooperiert das Team der Palliativstation eng mit ambulanten Diensten, um einen reibungslosen Übergang für eine Betreuung zu Hause zu gewährleisten. Mit der Vernetzung von ambulanten und stationären Palliativangeboten hat die Klinik eine Versorgungslücke in der Region geschlossen. Das Klinikum im Gesundheitspark Leverkusen. Top-Medizin für das ganze Leben. Ein Krankenhaus der regionalen Spitzenversorgung mit Einrichtungen für hochqualifizierte Diagnostik und Therapie. Mehr als 2000 Mitarbeiter in zwölf Fachkliniken, zahlreichen Zentren, Instituten und Abteilungen im Service und der Verwaltung, für die der einzelne Mensch im Mittelpunkt steht. Das Klinikum Leverkusen. Ihr Gesundheitspartner im Rheinland.